Hallo, mein Name ist Luca und herzlich willkommen hier heute endlich zum zweiten Teil von Brain Out. Da habt ihr ja zahlreich drauf gewartet. Von daher würde ich sagen, verlehen wir gar nicht lange Zeit und machen direkt weiter mit dem nächsten Rätsel. Fahre mit dem Auto bis zum Straßenschild. Da liegt ein fetter Stein davor. Ich weiß nicht, ob wir den Stein kleiner ziehen können, ob wir hier irgendwas rumziehen können, irgendwas drücken. Haben die Wolken... Ich kann... Ich kann... Ich kann den Text. Ich kann... Was bringt mir das mit dem Text? Ah, die Wolken... Da ist eine Sonne. Ah ja, Albert Zweistein ist wieder da. Wie isst man Karotten ist das nächste Rätsel. Ähm, hier ist ein Hase und ich kann mit dem hier rüber, dann fällt er allerdings runter und das ist falsch. Dann kommt er wieder dahin. Ich kann allerdings auch springen. Äh... Ich kann die Karotte einfach zu... Ja, bald kommt mein Physikbuch. Der Team ist fast auf jeden Fall. Hilf ihnen, den Fluss zu überqueren. Also wir haben links die liebe Annette und rechts den lieben Achim. Und Achim und Annette sind ein ganz liebes Liebespärchen und die wollen sich... Ich hab so'n krassen Bizeps. die geringsten Zahlenwerte nehmen. Also 3, 5 und 6 selbst das sind schon 14. Wie soll'n das dann klappen? One hour later. Ich bin der dümmste Mensch der Welt. Ich nehm' einfach 3, 3 und 6 und das sind zwölf. Ja, das Physikbuch wird doch gecancelt. Lege alles in die Schachtel, also packen wir erstmal die Zigarette rein, packen wir den Diamanten rein, packen wir das Gesicht rein und die Melone rein. Natürlich, das klappt nicht, packen wir auch noch den Text rein und dann haben wir's. Glückwunsch, Student! Ja, super, danke. Hau den Maulwurf ist das nächste Rätsel. Ähm, ich klicke ihn an, da passiert allerdings nix. Von daher nehmen wir mal den Hammer und mal... Maulwurf. Ich kann... Hau den Maulwurf. Ich haue... Ich haue doch den Maulwurf, Mann! Oh, achso. Achso. Ich kann den... Muss ich... So? Ne. Ich denke, wer von euch mal Probleme haben sollte, in Schule oder so. Bitte, ich helfe euch. Rettungsgiraffe ist das nächste, was hier einfach nur steht beim Rätsel. Also wir haben keine richtige Aufgabe, allerdings müssen wir anscheinend die Giraffe retten. Ich weiß allerdings nicht, wie. Ähm, können wir nicht das hier irgendwie ineinander packen? Ne, das geht nicht. Ich zieh die ganzen Sachen mal da drauf, das wird allerdings wahrscheinlich auch nicht. Ich glaube genau, wie soll man denn die Giraffe retten? Och, warum klingelt's denn jetzt? Ich muss ein Paket für die Nachbarn annehmen. Dreh dein Gerät. Steht hier. Dreh dein Gerät. Wie sollte ich da denn ohne Tipp drauf kommen? Kannst du diese Frage lösen? 1 plus 3 plus... 1 plus... Ich kann das nicht mal lesen. 1 plus 2 plus 3 plus 1. 1 plus 2 plus 3 plus 1. 1 plus 2 plus 3 plus 1. Gleich. Also ja, das ist ja ganz augenscheinlich, dass es halt 7 ist. Allerdings ist das vermutlich ja falsch. 1 plus 2... ...plus 3 plus 1. 1 plus 3 plus 1. Mayonnaise. Also ich geb's auf. Ich guck mir jetzt noch ne Werbung an und dann nehmen wir uns nen Tipp. Dieser verdammte Fisch, Alter. Also wir haben jetzt eine Tippmünze, von daher gib 39... Ich hab bei 35 aufgehört mit meiner Taktik. Und noch... Finde das Objekt heraus steht nun hier. Ähm, hier können wir nicht zieren. Wir können allerdings auch nichts swipen, auch nichts vergrößern. Ähm, finde das Objekt heraus. Sollen wir Sachen einfach... Ach, wir müssen einfach wieder die Sachen hier finden im Rätsel. Warte, dann drück ich mal hier so ein bisschen rum, hier so ein bisschen. Ich finde absolut gar nichts. Ja. Alter, einfach der Maul, Luca. Oh nein, Soso hat verschlafen. Weck sie auf. Als allererstes würde ich nen Wecker nehmen. Das geht allerdings nicht. Mit dem Hund geht's auch nicht. Mit der Fliege auch nicht. Mit dem Hammer natürlich auch nicht. Kann ich nicht irgendwie was größer ziehen? Das geht auch nicht. Die Tür. Geh... Was hab ich hier grad getan? Welcher Becher wird zuerst voll? Okay, das ist interessant. Ähm, wir haben oben einen Wasserhahn. Der füllt das da runter. Dann geht zuerst... Geht das Wasser auf jeden Fall nach links. Da geht's runter. Also einer von eins, drei und vier. Äh, kann ich nicht einfach... Wie... 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 Der? Nee, der? 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 Hä? Hä? Das ist alles falsch. Definitiv müsste es vier sein, weil das Wasser zuerst hier runter geht, dann geht's hier in die eins und dann geht's in die vier. Aber... Warum ist denn das falsch? Bitte verschwinde einfach aus meinem Leben. Also, wir haben wieder einen Tipp, von daher klicke ich da mal drauf. Es gibt einen falschen Becher. Bitte entferne ihn zuerst. Also, ich muss anscheinend irgendein... Mich macht das leicht aggressiv. Bewege ein Streichholz, um die größte Zahl zu erhalten. Okay, ähm, wir müssen ein Streichholz bewegen, um die größte Zahl zu erhalten. Wir haben gerade 369... Von daher muss unsere Zahl größer sein als 369. Ich meine, wenigstens haben wir jetzt schon eine Katzenwerbung. Jetzt bin ich echt mal gespannt, was der Tipp zeigt. Ähm, 965. Also, wir sollten anscheinend... Ach so... Oh, da hätte ich auch selbst drauf kommen können. Bitte schreibe die richtige Antwort auf. 1 plus 2 gleich 1, 20. 2 plus 3 gleich 36. 3 plus 4 gleich 3 und... 43? Das macht ja gar keinen Sinn. Also, was man halt direkt erkennt, ist, dass 1 plus 2 gleich 21. Das ist einfach 2, 1 umgedreht. Dann auch bei 3 plus 4 ist es so 4, 3 umgedreht. Bei 2 plus 3 muss ich allerdings erkennen, was da besonders ist, um das dann auf 4 plus 5 anzuwenden. Ah, da ist eine Katze. Also, wir haben wieder einen Tipp bekommen. Ich bin echt gespannt, was ist die Antwort auf 4 plus 5 in Klammern 9? Das ist jetzt nicht wahr, als wenn 9... Das ist nicht euer Ernst! Das ist nicht euer Ernst! Oh mein Gott, dieses Spiel macht mich so verdammt aggressiv. Komm, das nächste Rätsel jetzt, ohne denen noch eine Werbung hier reinzudrücken. Hilft Tom, ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Also, er hat ein Haus, Geld, einen Diamant und einen Porsche. Ähm... Das sind die Rätsel, die der Leute auch angefangen hat. Finde den Außerirdischen. Aha, jetzt haben wir hier wieder die richtig dummen Rätsel für mich. Ähm, das Ufo kann hin und her fliegen. Ne, das ist falsch. Die Sonne ist falsch. Hier ist falsch. Hier ist falsch. Hier ist falsch. Ähm, vielleicht könnten wir... Vielleicht können wir da irgendwas größer ziehen wieder? Ne, hier. Das irgendwie hier rumkreisen. Oder den auf die Sonne. Ne, die Sonne da drauf. Ne, die Sonne da drauf. Nemo. Ha. Oh. Passt runter. Ne. Zeit kann man perfekt nutzen für ein bisschen Stretching. Doch weiter geht die wilde Fahrt hier. Uh. Ähm, klicken wir mal auf das Ding hier. Findet die Füße des Außerirdischen und ziehe das Raumschiff darüber. Wir müssen die Füße finden. Wir müssen... Ziehe das Raumschiff darüber. Ja, das habe ich doch. Oh. Nach jedem Rätsel denke ich mir, Mensch, Luca, da hättest du doch auch selbst drauf kommen müssen. Von daher jetzt weiter geht's direkt und ohne Rätsel. Sonst ist das Video vorbei. Korrigiere die Richtung. Hoch, runter. Ach so. Ah. Ha. Ha. Jugend. Jugendlicher? Ich war doch vorhin noch Student. Wie viele Pommes gibt es unten? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Natürlich denkt man jetzt. Man muss allerdings die Pommes zählen. Von daher. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Neun mal sechs sind... Sechs sind... 54. Oh. Oh. Ach. Ach so. Ach so. Es sind... Aha. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Jetzt muss ich nur noch zehn Jahre runterscrollen, bis ich wieder bei der Zehn bin. Aha. Sehr gut. Genau. Da sind die zehn Stück. Sehr gut. Habe ich hingekriegt. Gute Arbeit. Finde erneut den Panda. Wieso erneut? Ich musste noch nie einen Panda suchen. Da. Tada. Sehr gut. Du bist so schlau. Dankeschön. Das hat mir nie jemand gesagt. Tippe dreimal auf das orangefarbene Rechteck und dann fünfmal auf das grüne Rechteck. Also erstmal eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Vier, fünf. Ha. I knew it that something like this will happen. Sprachen lernen. Was? An der Stelle würde ich das heutige Video jetzt allerdings auch beenden, meine lieben Freunde. Wenn euch der mittlerweile schon zweite Teil von Brainout gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch unter dem Video da und schreibt mir mal unten in die Kommentare, ob ich eventuell die Tage auch einen dritten Teil hochladen soll. Mich macht das irgendwie aggressiv, aber irgendwie macht es mir auch Spaß. Und jetzt befinden wir uns auch schon im Outro, meine lieben Freunde. Hier oben findet ihr ein Smiley eingeblendet. Wenn ihr da draufklickt, könnt ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren. Wenn ihr schon abonnent seid, würde ich mich freuen, wenn ihr auf die Glocke klickt. Denn dann verpasst ihr keine Videos mehr und bekommt direkt eine Benachrichtigung, wenn ich was Neues hochlade. Und hier ist ein Video verlinkt, das ich soeben aus meinem Zweitkanal hochgeladen habe. Da geht es um YouTuber, die im TV bloßgestellt wurden.